Da bin ich wieder mit einem neuen Screencast. Diesmal geht es um den Euclidischen Algorithmus und um Module. Ich fange mit ein bisschen Teilbarkeitslehre an und wenn wir dann den größten gemeinsamen Teiler definiert haben und wissen, wie man den ausrechnet, dann werde ich den einfach in OCaml implementieren. Dann packe ich ihn in ein Modul und werde euch noch erklären, warum ich das mache. Okay, als erstes. Wenn A und B ganze Zahlen sind, dann sagt man A teilt B. Dann und nur dann, wenn es ein C gibt, welches ebenfalls eine ganze Zahl ist. So, das gilt. A mal C ist gleich B. Das hier heißt, es gibt ein, der Punkt gehört dazu, also das gehört so zusammen. Es gibt also ein C in Z mit der Eigenschaft irgendwas. Also das heißt, der Punkt... Okay, soweit zur Definition und zur Erklärung, was dieser Quantor bedeutet. Es gibt ein umgedrehtes E für Existenz. Ja, dieses Teilbarkeitssymbol hat ein paar schöne Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn A B teilt, folgt sofort das Betrag A kleiner gleich Betrag B, wenn B ungleich Null ist. Das hier heißt UND. Werde ich auch mal ein paar Mal benutzen jetzt. Also wenn B ungleich Null ist und A B teilt, dann ist Betrag A kleiner gleich Betrag B. Warum schließe ich die Null aus? Ja, A mal Null ist Null, egal wie groß A ist. Das heißt, A teilt Null für alle A. So, das ist die erste Sache. Die zweite Sache nehmen wir mal an. A teilt B. Und B teilt A. Und nehmen wir noch an A ungleich Null. Was gilt dann? Dann gibt es ein C, sodass A mal C gleich B. Und es gibt ein C'', sodass B mal C' wieder A ergibt. Daraus folgt dann A mal C mal C' ist gleich A mal C ist B. B mal C' und das ist wieder A. Diese Gleichung kann man durch A teilen, weil wir A ungleich Null angenommen haben. Und dann steht da C mal C' gleich 1. Und weil C und C' ganze Zahlen sein sollen, also aus Z, folgt daraus C gleich C' und C ist entweder minus 1 oder plus 1. Oder anders ausgedrückt, wenn man die Gleichung A mal C gleich B betrachtet, kann man dann mit C aus minus 1, 1 schließen, das Betrag A gleich Betrag B. Also nochmal schön aufgeschrieben. A teilt B und B teilt A und A ungleich Null. Daraus folgt auf jeden Fall das Betrag A gleich Betrag B. Und wenn wir von A und B wüssten, dass sie beide größer Null sind, dann wären sie sogar gleich. Und nicht nur betragsmäßig gleich. Okay, das erstmal zur Teilbarkeit. Zwei wichtige Eigenschaften, einmal die hier. A teilt B folgt das Betrag A kleiner gleich Betrag B. Und einmal die, wenn man beide Teilbarkeitsrichtungen hat und A ungleich Null ist, dann bekommt man die Gleichheit der Beträge. Das ist die zweite wichtige Sache. Okay, jetzt wird eine Menge von Zahlen definiert. Die Menge nenne ich T von A, B. Und das ist eine Menge von ganzen Zahlen, G, die alle eine Eigenschaft haben, nämlich G teilt A und G teilt B. Was man leicht sieht, ist 1 mal A gleich A, 1 mal B gleich B. Und daraus folgt das 1 Teil A und 1 Teil B. Das heißt, 1 ist aus T von A, B. Insbesondere ist T von A, B nicht leer. Und was kann man noch über die Menge sagen? Für alle G aus T von A, B gilt, weil G A teilt und G B teilt, ist der Betrag von G kleiner gleich A. Kleiner gleich Betrag A meine ich. Und der Betrag von G ist kleiner gleich Betrag B. Das heißt, insbesondere T von A, B ist nach oben beschränkt. Das heißt, es gibt eine Schranke, entweder Betrag A oder Betrag B, so dass kein Element aus T von A, B größer ist als diese Schranke. Zusammen damit, dass 1 in T von A, B ist, folgt jetzt, dass T von A, B ein Maximum hat. Weil es eben eine Menge von ganzen Zahlen ist. Und es gibt eine Zahl in T von A, B. Und nach oben beschränkt ist es auch. Das heißt, die können nicht beliebig wachsen. Das heißt, es muss ein größtes Element drin sein. Und das ist der größte gemeinsame Teiler. G, G, T von A, B ist definiert als das Maximum von T von A, B. Und das ist eben das Maximum aller G aus Z, so dass G A teilt und G B teilt. So weit, so gut. Wie rechnet man das Ding jetzt aus? Nehmen wir mal an, B gleich 0. Dann gilt, A mal 0 gleich 0 gleich B. Daraus folgt A teilt B. Und daraus folgt, dass der größte gemeinsame Teiler von A und E gleich Betrag A ist. Denn offensichtlich teilt A sich selbst und A teilt B. Und A ist betragsmäßig maximal in der Hinsicht, dass Betrag A kleiner gleich Betrag A ist. Also es stößt tatsächlich an diese Grenze, die wir hier gefunden haben. Deswegen muss es das Maximum sein. Also wenn B 0 ist, gilt das. Was passiert, wenn B nicht 0 ist? Nun, jetzt brauchen wir Division mit Rest. Wir teilen A durch B. Aus der Schule weiß man hoffentlich, da kommt eine ganze Zahl raus und ein Rest. Und zwar so, dass der Rest betragsmäßig kleiner ist als das B. Das kann man umschreiben. Erste Fassung A gleich K mal B plus R. Zweite Fassung A minus K mal B gleich R. Wofür wir die brauchen, wird bestimmt gleich klar. So, K und R sind selbstverständlich wieder ganze Zahlen. Nennen wir mal den größten gemeinsamen Teiler von A und B, G. Also G ist definiert als GGT von A und B. Dann gilt G teilt A und G teilt B. Daraus folgt G teilt A minus K mal B gleich R. Das ist noch so eine schöne Teilbarkeitseigenschaft, dass man die auf beliebige Genearkombinationen übertragen kann. Das beweise ich vielleicht nochmal einfach. Also wir haben ein X, sodass G mal X gleich A gilt und wir haben ein Y, sodass G mal Y gleich B und daraus folgt genau wieder das. Und das ist gleich G mal X minus K mal Y und daraus folgt genau wieder das. also aus den zwei existierenden Faktoren X und Y haben wir die Existenz eines weiteren Faktors bewiesen, sodass man mit G und diesem zweiten Faktor zusammen A minus K mal B erhält. Das haben wir hier in der Gleichung. Soweit so gut. Diesen kleinen Beweis, den lösche ich mal eben wieder. das heißt, wir haben G teilt B und G teilt R. Daraus folgt, dass G den GGT von B und R teilt. Und den nennen wir mal G' G'. So, das ist praktisch. In der Hinsicht, dass, wenn wir jetzt noch beweisen können, dass G' teilt G gilt, dann wissen wir, dass G gleich G' ist. Und das probieren wir jetzt noch. also G' G' teilt B und G' teilt R. Daraus folgt, G' teilt genau die gleiche Argumentation wie eben, nur mit dieser oberen Gleichung. das teilt das teilt dann nämlich K mal B plus R und das ist wieder A. Also G' teilt B und G' teilt A. Daraus folgt, G' teilt den größten gemeinsamen Teiler von A und B. und das ist G. Und weil die größten gemeinsamen Teiler immer größer gleich 1 sein müssen, weil 1 eben in T von A, B drin ist, deswegen gilt jetzt G gleich G'. Und diese ganze Rechnung bringt uns im Wesentlichen nur 1 Nämlich wenn wir wissen, dass A gleich K mal B plus R ist, dann ist der größte gemeinsame Teiler von A, B gleich der größte gemeinsame Teiler von B und R. Und das riecht doch schon wieder verdammt nach Rekursion. Und was uns sicherstellt, dass die Rekursion terminiert, ist diese Nebenbedingungen die wir aus der Division rauskriegen, dass Betrag R kleiner Betrag B ist. Und 0 ist offensichtlich immer kleiner oder gleich Betrag R, das heißt, irgendwann wird dieses R bei 0 rauskommen müssen. Und dafür haben wir hier schon den Basisfall. Das war der Basisfall und das ist der Rekursionsfall. So weit, so gut. Jetzt geht's zur Implementierung zur Implementierung. So. Wir definieren rekursiv eine Funktion namens Euclid von A und B ist gleich. Jetzt brauchen wir das R so, dass A gleich K mal B plus R. Und das schreibt man in OCaml so, R gleich A Modulo B. Aber bevor wir das machen, machen wir die Fallunterscheidung. B gleich 0 und im Falle, dass B nicht gleich 0 ist, berechnen wir das R aus. Im Fall, dass B gleich 0 ist, ist der Betrag von A das Ergebnis. Das war der Basisfall. Also Betrag von A. In OCaml Abs für Absolutbetrag. So, Rekursionsfall. Wir haben das R ausgerechnet. Wir rufen Euclid einfach rekursiv auf mit B und R fertig. Den Kommentar brauchen wir nicht. So, und das testen wir. Mal sehen, was lasse ich mir da einfallen. 25 und 15. Größte gemeinsame Teil ist 5. Und bei negativen Zahlen auch. 1024 und 100, das sollte 4 sein. Okay, das scheint zu funktionieren. Damit kriegen wir den größten gemeinsamen Teiler. Okay. So, jetzt geht es kurz um etwas anderes, nämlich um die Module. Und zwar um die Syntax. Wie definiert man ein Modul und was ist ein Modul? Ein Modul ist eine Zusammenfassung von Typen und Werten. Mehr nicht. Man fängt Module mit diesem Modul-Schlüsselwort an, dann schreibt man den Modulnamen mit großem Anfangsbuchstaben auf, dann ist gleich und dann kommt die Definition des Moduls. Die einfachsten Module sind Strukturen, wo man direkt alle Werte und Typen hinschreibt. Solche Strukturen fängt man mit dem Schlüsselwort Struct an und dann kommen dort wie wenn man eine Datei lauter Definition schreibt, die ganzen Definitionen, die da reinkommen sollen, zum Beispiel let x gleich 42. Das Gegenstück zu Struct ist end, damit der Interpreter weiß, dass jetzt die Definition der Struktur zu Ende ist. Dann bekommt man als Antwort zurück das Modul fu hat jetzt einen Typ und dieser Typ ist eine Signatur, deswegen dieses Sig am Anfang und zu dem Sig gehört das End hier hinten und da drin stehen lauter Vals und Val steht für Value, also Wert, dann kommt der Name des Wertes und der Typ des Wertes. In so ein Modul kann man auch Typen reinpacken, zum Beispiel Typ T gleich String dann taucht in der Signatur die Typdefinition wieder auf und zusätzlich noch alle Typen der Werte. Also eine Signatur ist erstmal der Typ einer Struktur und eigentlich ist es nur eine Liste der Namen der Werte aus der Struktur mit ihren Typen und wenn Typen definiert wurden taucht die Typdefinition direkt in der Struktur wieder auf. Man kann also den Euclid einpacken in ein Modul das ich mal Euclid nenne dann fängt mit Struct an und hört es mit End auf und beendet es mit End dann sehen wir wieder Modul hat den Typ einer Signatur ein Wert namens Euclid ist drin und er bekommt für einen Typ ganze Zahl nach ganze Zahl nach ganze Zahl so was ich jetzt machen will ist das etwas verallgemeinern diesen Algorithmus des Euclid und zwar sollen die Rechenoperationen zu Parametern werden damit in der Signatur am Ende nicht mehr nicht mehr Int steht sondern irgendein Typ Parameter dafür braucht man erstmal eine 0 0 was braucht man noch das Mod braucht man das kann man nicht nehmen ist ein Schlüsselwort in OCaml also Modulo oder so dann die Gleichheit sollte man auch noch raus parametrisieren können EQ für Gleichheit also falls B gleich 0 dann okay verschieben wir mal die Bildung des Absolutbetrages auf nach dem Euclid das heißt der Euclid selbst gibt nicht den größten gemeinsamen Teiler raus sondern nur noch bis auf Vorzeichen den größten gemeinsamen Teiler dann brauchen wir den Betrag nicht mehr dann sagen wir hier Modulo anstatt Mod das ist nur der Division die Division mit Rest hat also nichts mit Modulen zu tun das ist nur leider eine namensmäßige Ähnlichkeit und im rekursiven Aufruf muss man eben diese ganzen Parameter EQ Zero und Modulo alle mit übergeben übergeben so ich hoffe ich habe nichts vergessen und tatsächlich wir bekommen jetzt hier lauter Typ Parameter das hier ist die Gleichheit a nach b nach bool das ist der Typ der Null das hier ist das Modulo das ist das a das b und das ist der größte gemeinsame Teiler der dann rauskommt bis auf Vorzeichen das kann man jetzt wie folgt benutzen also wenn man auf einen Wert in einem Modul zugreifen will schreibt man einfach den Namen des Moduls einen Punkt und dann den Namen des Wertes dann bekommt man den Wert alternativ kann man das Modul öffnen open euclid und dann kann man direkt auf diesen Wert zugreifen ohne das Modul Präfix so jetzt benutze ich mal den euclid auf ganz Zahlen da braucht man den euclid allgemein die Gleichheit muss man reinwerfen die Null muss man reinwerfen und eine Funktion die Modulo ausdrückt und AB und dann bekommt man wieder den euclid von oben so wenn man das nur auf ganzen Zahlen macht ist das ein bisschen langweilig denn die sind ja bekanntlich etwas beschränkt wenn man so eine Zahl haben will geht das nicht die ist zu groß aber es gibt ein eingebautes Modul in OCaml mit dem man größere Zahlen behandeln kann dafür muss man auf dem Interpreter erstmal load nums.cma schreiben und dann bekommt man das Modul bigint und da sind viele schöne Funktionen drin und ein Typ namens bigint gibt gibt es eine 0 es gibt ein Modulo auf bigint und was habe ich noch gebraucht Gleichheit die wird es da hoffentlich auch drin geben ja eq bigint also kann man sich definieren ein euclid auf bigint das ist der normale euclid und dann bigint.eq bigint erst die Gleichheit dann die 0 0 bigint und als Schluss als letztes noch modulo bigint dann die beiden Argumente und schon bekommt man den euclid auf großen ganzen Zahlen und den kann man dann anwenden mit bigint Punkt bigint of int das ist eine Konvertierungsfunktion von int nach bigint das wird immer so lang mit diesen Konvertierungsfunktionen und wenn man das Ergebnis sehen will muss man natürlich wieder bigint dot int of bigint schreiben was nur funktioniert wenn das g klein genug ist was in diesem Fall der Fall ist kommt nämlich ein 8 raus und dieses euclid bigint eignet sich eben um mit riesigen Zahlen den größten gemeinsamen teiler zu berechnen obwohl es beides der gleiche Algorithmus ist unpraktisch ist hier dass wir das alles als Funktionsparameter übergeben müssen denn erstens muss man das dann in jedem rekursiven Aufruf machen wenn wir eine größere Funktion geschrieben hätten dann wäre das noch viel nerviger oder wenn noch mehr Parameter dazukommen würden deswegen gibt es die Möglichkeit alle Funktionen die wir im euclid brauchen zu Parametern des Moduls zu machen dazu müssen wir allerdings erst eine Signatur definieren die alles das ansammelt was wir im euclid dann brauchen Signatur um nochmal darauf zurück zu kommen ist einfach der Typ den so ein Modul hat bei BigInt ist der ziemlich groß weil viele Werte drin stehen und ein Typ und sowas schreiben wir jetzt von Hand hin bzw. ich schreibe das von Hand hin warum sage ich immer wir Modul Type sagen wir mal Ring Euclid es ist nicht wirklich ein Ring aber ich nenne es jetzt so dann schließt man das in Sig und End ein da brauchen wir erst einen Typ T von dem wir nicht wissen was es ist dann brauchen wir Werte einmal die Gleichheit von T nach T nach Bool also zwei Elemente sollen verglichen werden und Ergebnis ist ein Wahrheitswert Zero ist die Null das ist einfach ein T was immer T auch ist zum Beispiel ganze Zahlen und wir brauchen Modulo nicht Module sondern Modulo den Rest bei Division und der hat den Typ von T nach T nach T die Signatur ist da jetzt brauchen wir ein Parameter für das Modul Euclid wie bei Funktionen kann man hier einfach Argumente angeben jedoch müssen die alle mit einer Typ Annotation versehen sein also R für den Ring in Anführungszeichen und der braucht dann einen Modultyp den haben wir schon definiert hätten wir auch direkt hinschreiben können hier aber so ist besser jetzt ist Euclid nicht mehr einfach eine Struktur sondern ein Funktor ein Funktor ist eine Funktion auf Modulen bildet ein Modul R auf ein anderes Modul das den Euclid enthält ab und in diesem Modul dürfen wir jetzt das R öffnen und da dort die Gleichheit die Null und Modulo schon drin sind brauchen wir sie nicht mehr hier als Parameter und das ist der Sinn hier okay im Typ von Euclid sieht man jetzt es ist ein Funktor bekommt also so eine Art Funktionstyp und der besagt dass ein R vom Typ Ring Euclid abgebildet wird auf ein Modul mit dem Typ dieser Signatur wo eben der Euclid drinsteht der Euclid hat jetzt R. T R. T R. T anstelle von einem polymorphen Typ Parameter da drinstehen und wie man das Euclid jetzt benutzt ist ganz einfach man definiert Module Ring Int zum Beispiel als Strukturen und der Typ T muss definiert werden der ist jetzt hier mal Int die Gleichheit wird definiert einfach als Gleichheit die Null wird zur Null Modulo ist gleich xy ist gleich x Modulo y Dann machen wir das für Big Int auch und da öffnen wir gleich das Modul Big Int damit wir das Präfix nicht immer schreiben müssen der Typ T ist jetzt Big Int die Gleichheit ist EQ Big Int die Null ist Zero Big Int und Modulo ist Mod Big Int So jetzt können wir den Funktor anwenden indem wir neue Module definieren zum Beispiel Euclid Int das ist Euclid und jetzt genau wie bei Funktionsapplikation muss man jetzt hier den Funktor applizieren anwenden auf das Argument also auf den Int Ring zum Beispiel diese Klammern sind leider notwendig in OCaml bei Funktor Applikation warum weiß ich nicht Syntax Schall und Rauch das gleiche mit Big Int So austesten Eieiei sieht das unübersichtlich aus das liegt an diesen Modul Präfixen die jetzt in den Typ Variablen immer auftauchen dann wird so ein einfacher Typ wie t nach t nach t also zweimal Argument t Ergebnis vom Typ t der wird dann eben ziemlich aufgebläht durch diese Präfixe jetzt kann man das direkt benutzen ohne dass man noch weitere Parameter übergeben muss und das funktioniert wie erwartet mit BigInt führe ich nicht nochmal vor Auf Polynomen wird das auch funktionieren aber das zeige ich ein anderes Mal wenn ich Polynome implementiere und bevor ich jetzt aufhöre zeige ich lieber nochmal einen eingebauten Funktor und zwar den Mengen Funktor es gibt eingebaut das Modul Set und das ist wie immer riesig groß bei allem was eingebaut ist und das Modul Set hat folgende Signatur erst mal steht hier ein Modultyp drin der definiert ist und der Modultyp heißt Ordered Type und in dieser Signatur steht ein Typ T drin und eine Funktion Compare die zwei Argumente T nimmt und eine ganze Zahl zurückgibt das heißt Ordered Type enthält nur eine Ordnung auf einem Typ dann enthält Set noch einen Funktor Make der bildet so einen Ordered Type ab auf eine Struktur die ganz viele nützliche Funktionen hat mal sehen was was hat man da einmal einen Typ das ist ein Mengentyp dann Empty ist die leere Menge vom Typ T ist Empty geht von T nach bool prüft ob eine Menge leer ist dann enthalten sein Mem für Member also Mitglied oder Element prüft ob das erste Argument in der Menge des zweiten Arguments enthalten ist wieder im Wahrheitswert zurück mit Add kann man hinzufügen mit Remove kann man entfernen mit Union Vereinigungsmenge bilden mit Inter Schnittmenge und so weiter und so fort es gibt sogar ein Fold oder For All und Exists das heißt beliebige Quantoren viel nützliches Zeug bekommt man raus wenn man einmal diesen Ordered Type implementiert hat Nun gibt es eingebaut natürlich ein Compare was auf fast allem funktioniert außer auf Funktionen also das zeige ich mal das gibt einen Fehler also Funktionen sollte man in Compare nicht reinwerfen und auch nichts was Funktionen enthält aber Compare 1 2 zum Beispiel gibt minus 1 Compare 2 1 ergibt 1 jetzt könnte man annehmen das ist das gleiche wie die Differenz 2 minus 1 ist nämlich 1 aber 3 minus 1 wäre 2 aber auch 1 also das Compare auf ganzen Zahlen ist sowas wie xy wird abgebildet auf falls x kleiner y dann minus 1 ansonsten falls x größer y dann 1 ansonsten sind die gleich genau das ist im wesentlichen Compare was man auch als Compare benutzen kann weil das Ergebnis ganze Zahlen sind ist minus auf ganzen Zahlen denn minus 2 1 ist positiv und das ist und minus 3 1 ist auch positiv ist zwar nicht 1 aber das ist OCaml an der Stelle egal beim Order Type dann definiere ich mal ein Modul Int Ort das ist eine Struktur der Typ T ist Int und hier mache ich mal auf der nächsten Zeile weiter Compare soll das Minus sein dann entspricht das genau der Signatur die von Order Type gefordert wird es wird ein T und ein Compare definiert damit kann man an Mengen von ganzen Zahlen herankommen durch set.make und da packt man das Int Ort rein und freut sich über das was rauskommt das Modul machen wir jetzt mal auf Int set jetzt haben wir Zugriff auf diese ganzen tollen Funktionen also baue ich mal einfach eine Menge M auf und zwar aus einer Liste also mit Fold Left Fold sollte noch bekannt sein Fold Left hat ein bisschen andere Parameter folgen aber macht im en wesentlichen das gleiche die Funktion zum hinzufügen von Elementen heißt bei Mengen Add dann packt man ein Element und eine Menge rein und raus kommt eine Menge bei der das Element hinzugefügt wurde also Add X Akkumulator Fold Left braucht als zweites Anfangszustand das ist Empty das ist die die leere Menge hier steht sie und als zweites dann die Liste 1 2 3 4 5 7 9 zum Beispiel und jetzt ist M also eine Menge von ganzen Zahlen kann man prüfen ist 1 in M drin das stimmt ist 42 drin das stimmt nicht oder man kann prüfen sagen wir mal Even heißt so viel wie gerade und X ist gerade dann wenn X Modulo 2 gleich 0 ist jetzt kann man zum Beispiel prüfen ob alle Elemente der Menge gerade sind for all even M und das stimmt nicht warum was stört 2 und 4 sind gerade der Rest ist ungerade oder odd heißt ungerade das ist dann eben X Modulo 2 gleich 1 und for all odd M stimmt natürlich auch nicht dann hole ich mal die die 2 und die 4 raus und dann sollte mal was true werden rausholen geht mit remove da muss man das Element angeben die Menge und dann bekommt man eine Menge raus bei der das Element fehlt zum Beispiel so remove 1 remove 3 M jetzt oh das war falsch ich wollte ja eigentlich die 2 und die 4 rauswerfen damit immer alles ungerade wird so also bei N ist jetzt das gleiche wie M nur dass die 2 und die 4 fehlen und der Rest ist alles ungerade also sollte jetzt for all odd N stimmen also true werden ok soviel zum Spaß mit Mengen aber um erstmal an die ganzen Funktionen ranzukommen muss man eben ein Modul welches order type implementiert in set.make reinwerfen das heißt man hat bevor man an die ganzen schönen Funktionen rankommt erstmal mit Funktoren zu tun so das war es erstmal zu Modulen und Funktoren wenn man selbst viel Code schreibt und ihn über mehrere Dateien verteilt dann sollte man selbst immer Module mit in Betracht ziehen schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal